Hallo, ich muss mich auch mal melden. Und zwar, ja, ich hab in letzter Zeit hier gar nichts hochgeladen, ne. Es liegt daran, dass gerade bei mir total Prüfungs-Scheiß-Stress und so ein Quatsch ist. Und ich muss jetzt jeden Tag lernen. Und da haben wir natürlich keine Zeit für Let's Plays und sowas. Deswegen, ja, muss ich halt sagen, ne, das ist halt so. Und ich, also, ich lerne dann bis zum 10. Juni. Am 6. Juni ist meine erste Prüfung, am 11. Juni die letzte Prüfung. Und danach mache ich ein Schilling. Ist ja irgendwie logisch, ne. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Und, ja. Entschuldigung.